Als wir darüber nachgedacht haben, was man denn dieses Mal auf der Subscribe überhaupt alles so präsentieren sollte und das Vortragsprogramm ist ja etwas, was überhaupt erst so in den letzten zwei, drei Malen sich als solches entwickelt hat, stand unter anderem auch die Überlegungen im Vordergrund, die Bandbreite der Themenvielfalt, die sich so in der Szene abbildet, in den Fokus zu nehmen, aber auch genau die Themen mal genauer anzuschauen, die in gewisser Hinsicht auch in den Massenmedien schon vertreten sind und teilweise dort auch eine große Rolle spielen. Und jetzt begrüßen wir hier den Max, der sich einem ganz traditionellen Feld bewegt, nämlich Fußball. Fußball-Podcasts sind ein interessantes Phänomen, es gibt eine Menge davon, fast kein Bundesliga- oder Zweitbundesliga-Verein, der nicht in irgendeiner Form mindestens einen dieser Podcasts aus der Fanszene heraus geboren hat und Max macht selber auch einen Podcast, den Rasenfunk, vielmehr ein Multiples-Format darunter, das wird er euch aber jetzt alles selber erzählen, nicht wahr? Ja. Genau und insofern herzlichen Applaus und los geht's. Dankeschön. Ja. Hallo zusammen. Ich werde mich, glaube ich, nicht hier hinterstellen, weil das fühlt sich so an, als ob ich immer sagen müsste, liebe Genossinnen und Genossen, das finde ich irgendwie komisch oder hier in Bayern wahrscheinlich eher, servus ihr Saufköppel, willkommen bei der CSU. Ich erzähle euch was über Fußball im Podcast und ich muss sagen, ihr habt einen guten Audience-Flow hinbekommen, denn es gibt viele Anknüpfungspunkte an Dirk, was er gerade gesagt hat, natürlich nicht von der Stimmung her, das werde ich nicht kappen können. Ja, Tim hat mich bei Twitter angeschrieben, hat gesagt, ich würde gerne mit dir zusammen was zu Fußball auf der Subscribe machen, dachte ich mir, super, dann haben wir miteinander telefoniert und dann hat er gesagt, ich hätte gerne, dass du einen Vortrag hältst, dann dachte ich mir, ach sehr interessant, jetzt mache ich das. Kurz zu mir und es soll aber nicht nur um mich gehen, das ist jetzt nur die Einführung. Wer bin ich? Ich bin Max Ost, ich bin selbstständiger Unternehmensberater im Bereich Paid Media und digitale Medien, deswegen kann ich alles nur unterstreichen, was der Dirk erzählt hat. Auch den ganzen Promogram. Ich habe dazu gestern ja auch eine Session gehalten zusammen mit Nikolas, wo wir genau das auch schon gesagt haben. Versucht in die Offline-Kontexte eurer Hörer zu kommen und Social Media ist nicht alles. Sehr gerne können wir das im Sendergate nochmal vertiefen, denn da sind wir, gestern sind wir ehrlich gesagt ziemlich viel im Digitalen hängen geblieben. Ich bin bei Twitter als Edgenetzer unterwegs, hat eine Geschichte, die muss euch nicht interessieren und ich habe eine sportjournalistisch vorbelastete Vergangenheit. Ich war, das ist auch ein, also so sah ich damals auch aus, ich habe mich optisch zurückentwickelt. Ich war nach Praktika beim Bayerischen Rundfunk, deswegen habe ich ganz klein dem BR noch drauf geschrieben, das ist ehrlich gesagt nur Bragging, dass ich schon mal hier war. Da war ich bei 11 Freunde, dann freier Mitarbeiter, bin später zu Spox gekommen, da immer mehr in die digitale Schiene reingewandert, war dort Communityleiter, später dann einen Abstecher noch zur Näherung gemacht, da war ich dann mal kurz weg vom Fußball und inzwischen bin ich eben selbstständiger Unternehmensberater, das heißt eher im Trainerbereich unterwegs. Aber das ist euch allen ja vollkommen zu Recht vollkommen egal. Das eigentlich Wichtige ist, seit 2014, seit August 2014, mache ich den Rasenfunk, den Fußball-Podcast und damit bin ich gar nicht so alleine und das ist eine der Botschaften dieses Vortrags. Ich möchte euch gerne zeigen, was es in dem Bereich alles gibt und ich werde enden mit einem flammenden Appell, der euch sagt, warum das für euch, für dich, für dich und für dich, warum das für euch gut ist, was sich da gerade in diesem einen Segment tut. Ich mache das nicht alleine, wir spielen im 2-0-0, ich mache das zusammen mit Frank Helmschroth, dem Ed Helmi, der ist leider heute nicht hier, ich mache tatsächlich viel Inhalte, ich mache die Moderation, die Planung, er ist der Mann für die Technik und inhaltlicher Sparringspartner für mich und auch wenn er nicht hier ist, in meinen Gedanken ist er es. Grüße in den Stream. Was machen wir? Wir machen drei Sendeformate und das zeigt euch vielleicht auch schon ganz gut ein bisschen auch, was so die Bandbreite in dem Bereich Fußball-Podcasts ist. Zum einen haben wir die Schlusskonferenz, das ist der Blick zurück auf ein oder mehr Spieltage. Ich lade mir da Fans, Blogger und Journalisten ein und spreche mit ihnen über den Spieltag und zwar so, wie ich das gut finde, da komme ich später noch dazu, was eigentlich der Grund ist, dass es jetzt auch einen solchen Hype gibt und wo sich die Podcasts über Fußball von einem anderen, was es zu Fußball gibt, unterscheiden. Das gibt es noch in der Extremmariante, dem Rasenfunk Royal, das mache ich immer in der Winterpause und nach der Saison, da spreche ich tatsächlich mit 18 Gästen zu 18 Vereinen durchschnittlich eine Stunde, das heißt der Rasenfunk Royal dauert immer so zwischen 18 und 22 Stunden, wird dann aufgeteilt auf mehrere Sendungen und hier schon mal kleiner Inside-Fun-Fact, es sind regelmäßig die erfolgreichsten Ausgaben des Rasenfunks. Also wenn uns was immer so auf ein neues Hörer-Level gehoben hat, dann hat es eigentlich immer mit dem Rasenfunk Royal zu tun. Das ist ja schon vielleicht ganz interessant, denn man sollte meinen, dieses Format wäre etwas sperrig. Ist es ja auch. Dann haben wir noch das Tribünengespräch, das ist im Prinzip so der CRE für Fußballtypen, ein Thema, jede Menge Zeit. Da habe ich zum Beispiel eine Sendung gemacht zur Geschichte der Fußballtaktik, die dauert 5 Stunden 40 Minuten. Ich bin ganz knapp an die 6 Stunden auf Vornegrenze rangekommen, da habe ich nochmal Glück gehabt. Die habe ich beim Rasenfunk Royal schon mehrmals gerissen. Zeitloses Format ist vielleicht vielen, die hier im Raum sind, vielleicht etwas näher als das aktuelle der Schlusskonferenz. Und dann gibt es noch den Kurzpass, der dauert zwischen 30 und 45 Minuten und niemand außerhalb dieses Raumes versteht, warum der Kurzpass heißt. Also normale Menschen, wenn ich denen sage, ich habe auch ein kurzes Format, das dauert nur eine halbe Stunde, dann das verstehen die nicht. Die haben dann, da erscheint ein Error-Cord. Ihr hier versteht es, alle Rasenfunkrörer verstehen es auch. Den Kurzpass haben wir eingeführt, eben um auch ein kurzes Format zu haben, um auch mal zu probieren, was da geht. Genau das, was Dirk vorhin gesagt hat, der jetzt leider gerade, glaube ich, gar nicht mehr da ist. Wir podcasten schon auch immer so ein bisschen für unsere eigene Blase und weil ich eben weiß, ich kann so eine 45-Minuten-Taktik-Folge machen und hier im Raum gibt es viele, die das hören würden, mache ich das auch, aber das ist ja nicht alles. Es gibt auch einen Markt, der hat nicht, die haben nicht so viel Zeit, deswegen gibt es den Kurzpass. Zur EM habe ich den täglich gemacht, hat mega gut funktioniert und ist sehr interessant, dass man damit hat tatsächlich andere Leute erreicht. Und abschließend noch zum Rasenfunk, dann ist die Promotour auch endlich vorbei und wir gehen mal noch weiter auf andere Podcasts. Seit drei Monaten kann man uns unterstützen, wir haben den Rasenfunk Supporters Club gegründet, wir haben lange überlegt, in welchem Bereich wir uns bewegen wollen, um das auf finanzielle Beine zu stellen, einfach vor dem Hintergrund, dass ich aus meiner Sportjournalisten-Vergangenheit gerne wieder hauptberuflich sowas machen würde. Ich bin aber nicht bereit, das unter den Gegebenheiten zu machen, die es derzeit im Sportjournalismus gibt. Ich möchte das gerne so machen wie im Rasenfunk. Das heißt, mein Ziel wäre es, irgendwann nur noch den Rasenfunk zu machen. Schauen wir mal, wir reden mal 2020 drüber, wie es da so lief. Hat jetzt begonnen, wir werden über Spenden unterstützt und über Patreon, haben uns bewusst gegen Exklusivinhalte und gegen Werbekooperationen oder anderes entschlossen. Und jetzt kommen wir zu dem Teil meiner Arbeit beim Rasenfunk, die vielleicht noch für euch noch viel interessanter ist. Ich habe, als ich noch als Journalist unterwegs war, bei F-Freunde ein Format gegründet, das war die F-Freunde-Blogschau. Das heißt, es war eine Presseschau aller Fußball-Blogs. Und das kam aus dem Gefühl heraus, dass ich gesehen habe, es gibt ganz wahnsinnige Experten, meistens für ihre eigenen Vereine, die medial aber keine Beachtung finden und die gleichzeitig aber ehrlich gesagt von der Kompetenz her oft gar nicht so weit von Journalisten entfernt sind. Das wollten die natürlich nicht so gerne hören. Und deshalb habe ich damals angefangen, 2008 war das, Sportblogs, Fußballblogs zusammen und daraus immer eine wöchentliche Presseschau zu erstellen. War natürlich eine Heidenarbeit, aber hat mir unheimlich wertvolle Kontakte vermittelt. Am Schluss hatte ich in meinem RSS-Reader über 800 Blogs, schön kategorisiert, nach Liga, nach Vereinen. Das war alles sehr schön strukturiert. Und jetzt erlebe ich eine ganz ähnliche Entwicklung, die es damals gab. Damals sind pro Woche ein oder zwei Blogs dazugekommen. Die erlebe ich jetzt im Bereich der Sportpodcasts. Und deshalb war schon von Anfang an eigentlich einer der Pläne, dass ich den Rasenfunk nicht nur für mich mache, sondern dass ich auch versuche, wieder dieses Bündeln stattfinden zu lassen, um auch dem Ganzen eine Sichtbarkeit zu verschaffen. Das heißt, es gibt auf rasenfunk.de die Liste aller Fußballpodcasts. Und inzwischen traue ich mich auch zu sagen, aller Fußballpodcasts, also wenn da noch ein aktiver fehlt, dauert es zumindest nicht lange, bis ich ihn ergänzt habe. Aber ich habe da schon sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Das sind tatsächlich alle Fußballpodcasts, die es derzeit gibt. Das sind 164, jetzt rechnen wir einfach mal 20 oder 30 raus, die wir als inaktiv bezeichnen würden, weil sie zwei Monate lang nichts gemacht haben. Und ich habe sie halt nicht auf Aktualität geprüft. Aber dann sehen wir das, was Tim gesagt hat. Es ist ein unheimlich großes Feld. Und es fliegt aber so ein bisschen unter dem Radar, weil wir nicht über Apple reden. Also unter eurem Radar, meine ich. Interessanterweise hat diese Liste übrigens denselben Effekt gehabt, wie damals, als ich die Blogshow eingeführt habe. Menschen schauen sich das an und dann sehen sie die Lücken. Und dann muss ich im Rasenfunk nur dreimal nacheinander sagen, sag mal, warum gibt es denn eigentlich immer noch keinen SV Darmstadt Podcast? Und zack, pling, habe ich die Direct Message. Hier, ich habe jetzt drei Leute angesprochen. Technik hast du mir ja schon ein paar Tipps gegeben. Wir haben jetzt losgelegt. Und so ist auch ein bisschen diese Bandbreite zu erklären. Es gibt wirklich alles. Das heißt, unter dieser URL finden wir das alles. Und um im Bild von Tim zu bleiben, vom Freitag, haben wir hier eine Armee von Einhörnern. Und diese Armee, die steht für euch bereit. Und warum, das werde ich euch jetzt im Folgenden erklären, warum das für euch alles eine Relevanz hat, selbst wenn ihr euch vielleicht persönlich gar nicht für Fußball interessiert, was ich verurteile. Aber es ist okay. Nur mal ein kleiner Ausschnitt, denn ihr habt gesehen, die Bandbreite ist riesig, was es an Fußballpodcasts gibt. Es gibt zu fast jedem Verein, was ich habe schon gehört, IHSV, ja, aber auch der HSV hat irgendwie wahrscheinlich dann schon eine Daseinsberechtigung. Zumindest dieser Podcast, denn er ist wunderbar. Er heißt zu Recht Wunderbare HSV. Wir haben somit die Urväter und Urmütter des Fußballpodcastings, das Textilvergehen. Da könnt ihr auch den Tim immer mal wieder hören, über Union Berlin. Wir haben mit dem Gutsportpodcast einen, wo tatsächlich mal ein Sportjournalist sich mit seinem guten Kumpel unterhält. Das entwickelt eine ganz eigene Dynamik. Die sind auch nicht nur auf Fußball spezialisiert. Wir haben einen hervorragenden St. Pauli-Podcast, der es auch schon geschafft hat, sich sehr tief im Verein zu verankern. Das heißt, die haben auch mal den Geschäftsführer Sport zu Gast. Die werden vom Verein weiter distribuiert. Ganz interessant, was sich bei St. Pauli da tut. Wir haben einen Schiedsrichter-Podcast. Ihr könnt, also kein Sportfan kann mehr über Schiedsrichter so hassen wie vorher, wenn er Kolinas Erben mal gehört hat. Da lernt man unglaublich viel. Das macht es dann ein bisschen schwieriger, weil man dann merkt, dass es halt leider alles gar nicht so einfach ist. Das ist aber ein unheimlich toller Podcast. Den Eintracht Frankfurt-Podcast, den hat Dirk schon auf seiner Folie mit drauf gehabt. Die haben schon über 250 Folgen, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht mal nachgeguckt. Es sind auf jeden Fall viele. Dortmunder Podcast, der Vollraute-Podcast ist ein Gladbach-Podcast. Den gibt es in drei Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch. Und nein, die übersetzen nicht ihre Sendung, sondern die reden dreimal über Borussia Mönchengladbach. Nicht immer in derselben Zusammensetzung, aber die sind genauso irre wie ihr, möchte ich damit sagen. Wir haben reingemacht, das ist auch so ein Podcast, der läuft immer unterm Radar, dabei haben die auch schon wahnsinnig viele Folgen gemacht. Dann eben den angesprochenen SV Darmstadt-Podcast, ein Bayern-Podcast, ein Schalke-Podcast, sehr empfehlenswert. Werder Bremen, Sportradio 360 ist nochmal so ein Universum an Wahnsinn für sich, denn das beschränkt sich nicht nur auf Fußball, sondern auf alle Sportarten. Da gibt es eine Big Show, die erscheint jeden Donnerstag, die dauert zwischen drei und vier Stunden. In der wird halt einfach mal alles besprochen. Also wirklich alles. Wenn man das bis zum Wochenende durchgeackert hat, dann kann einen nichts mehr überraschen und das macht halt auch ein Typ und lädt sich seine ganzen Freunde und Kollegen von Sky ein. Da treten hervorragende Journalisten auf in schöner Regelmäßigkeit. Ein unglaublich wertvolles Format. Vorcheck. Ich kann es gar nicht alle aufzählen. Es ist für jede Couleur etwas dabei. Auf einen möchte ich vielleicht dann doch noch hinweisen. Bundesliga ist so ein interessanter Blick in die Zukunft vielleicht. Vielleicht, denn Bundesliga kommt von Rocket Beans TV, dem einen oder anderen wird es etwas sagen, dem Internet-TV-Sender, der ehemaligen Game-One-Macher. Und die schlagen natürlich die Brücke zu den Video-Formaten. Da ist Audio eigentlich nur das Abfallprodukt und das Kernfeature ist eigentlich Video. Lohnt sich, glaube ich, die so ein bisschen zu beobachten und zu gucken, was entwickelt sich so im Bereich Audio versus Video. Der neueste Zugang auf der Podroll ganz rechts, niemals erste Liga, ist ein Podcast über einen SVW in Wiesbaden. Also Holstein Kiel, Jan Regensbus, Ranz Regenburg ist super. Hier Kick It Light Asia ist jemand, der spricht über asiatischen Fußball. Es gibt wirklich alles. Wer macht diese Podcasts? Fans, Blogger und Journalisten. Das ist wenig überraschend, aber das viel Interessantere, zu dem werde ich noch kommen, ist nämlich, wie sie es machen. Und ganz kurz, weil ich hier ein Mikro der Öffentlich-Rechtlichen in der Hand halte und auf einer Bühne der Öffentlich-Rechtlichen stehen da, was machen denn die Öffentlich-Rechtlichen? Haben ja ein tolles Korrespondenzennetzwerk. Jetzt nicht so viel. Das Deutschlandfunk-Sportgespräch hebt sich so aus allem hervor, ist zwar tatsächlich auch nur ein klassisches. Wir haben es im Radio gesendet und schieben es dann ins Internet, aber der Inhalt ist halt einfach gut. Deswegen kann man es sich ehrlich gesagt auch ohne An- und Abmoderation sehr gut anhören. Dann gibt es ein 1-Live-Format, eine Fußballkolumne vom MDR und dann im unteren Bereich sind wir schon im Comedy-Bereich. Einmal mit Niveau mit Arndt Zeigler und einmal verstellen wir halt Stimmen und sprechen Schwäbisch. Das ist dann, keine Ahnung, für Bühlen- und Schälen-Fans oder so. Keine Ahnung. Also es ist noch nicht so wirklich viel. Stellt sich die eine große Frage. Warum? Was soll denn der ganze Kram? Warum ist das Bedürfnis offensichtlich so groß, mehrere hundert Stunden Fußball-Podcasts pro Woche zu produzieren? Und ich glaube, da wird es dann ganz interessant und das werdet ihr vielleicht auch aus Bereichen kennen, in denen ihr euch viel bewegt. Wir lesen hier ein Zitat. Es ist längst nicht sicher, dass wenn du als Fußballer ein Großer warst, du es dann auch auf einem anderen Gebiet zu etwas Großem schaffst. Du bist das beste Beispiel. Wer hat das gesagt? Der legendäre Hans Mayer zum Sport1-Moderator Thomas Helmer. Straight in the face. Und das ist, glaube ich, einer der Hintergründe für den aktuell zu erlebenden Hype an Fußball-Podcast. Der Sportjournalismus ist angeschlagen. Ich habe das in meiner Diagnose genannt eine Teilzerrung des Dutzmuskels. Und ich möchte das noch etwas ausdifferenzieren. Gleich vorweg, ich will das gleich nochmal hervorheben, aber ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich glaube, die Phänomene, die ich hier aufgeschrieben habe, die betreffen einfach große Teile der Massenmedien. Und die sind wichtig für das, was jetzt hier gerade passiert ist. Oberflächlichkeitsschlechter ist nicht Thema. Das sehe ich selbst im Rasenfunk ständig. Ich gehe mit einer These an den Spieltag heran. So eine Sendung über den Spieltag dauert durchschnittlich zwei bis zweieinhalb Stunden. Und je länger ich mich mit dem Spiel beschäftige, die Statistiken dazu lese und mir Gedanken dazu mache, desto öfter sehe ich, ja, leider, wenn man tief reingeht, wird jede knackige These ehrlich gesagt ausdifferenziert. Und das ist natürlich ein Problem, denn dann klickt ja keiner mehr die Artikel. Das heißt, der Sportjournalismus ist wie viele Bereiche des Journalismus auf Verknappung hin ausgesetzt und dadurch aber sehr, sehr oberflächlich. Und es werden Themen aufgemacht, die ehrlich gesagt keine Themen sind. Stichwort Populismus. Und dann natürlich ein ganz großes Problem. Keine Sau interessiert sich für andere Vereine als Bayern und Dortmund. Das ist jetzt natürlich auch wieder populistisch zugespitzt. Ja, ja, endlich reagiert hier mal jemand. Aber tatsächlich ist es so, man nenne mir das Fußballformat, in dem nicht über Bayern oder Dortmund wenigstens irgendwie geredet werden würde. Wie ist der Sport1-Doppelpass, der ehemals so tolle Fußballtalk aufgebaut? Das Einstiegssegment sind 45 Minuten Bayern, 20 Minuten Dortmund. Dann hintendran klatscht man halt noch, wie wir gerade so als Gast eingeladen hatten. Vielleicht überspitze ich an der Stelle auch, aber ich glaube, ihr seht meinen Punkt. Und im Rasenfunk zum Beispiel mache ich so, ich lege pro Sendung normalerweise einen Schwerpunkt auf einen Verein und das rotiert durch. Und dann spreche ich halt mal in der ersten halben Stunde, in der halben Stunde über Ingolstadt und ganz am Schluss nochmal fünf Minuten über die Bayern. Und das halten die Leute aus. Manchmal auch unter Schmerzen, aber sie halten es aus. Und dann haben wir noch ein ganz interessantes Phänomen. Im Sportjournalismus haben wir ja die Besonderheit, dass alles mit der Kooperation der Vereine zusammenhängt. Dadurch, dass die Vereine selbst so Medienanstalten letztlich werden. Die Bayern erreichen hunderte Millionen an Kontaktpunkten pro Monat über ihre digitalen Kanäle selbst. Deswegen brauchen die die Berichterstatter nicht mehr. Und das führt dazu, dass Exklusivinterviews immer seltener werden und führt zu den beliebten Phänomenen Medienberichten übereinstimmend. Und was bedeutet Medienberichten übereinstimmend im Sportjournalismus? Die BILD hat es geschrieben. Ab dann ist es quasi wie die BILD berichtet. Dann hat es Fokus online kopiert, ohne Quellenangabe. Ab dann ist es Medienberichten übereinstimmend. Und das ist aber halt leider oft nichts, was tatsächlich mit Fakten zu tun hat. Und das macht es sehr schwierig als Fußballfan, der sich um Fakten hin und wieder doch auch kümmern möchte, diese Berichterstattung auszuhalten. Und dann gibt es das Telefonistin-Problem, so habe es ich genannt. Früher haben wir die Telefonistin gebraucht, also nicht wir, weiß ich vielleicht ein paar von euch. Früher haben wir die Telefonistin gebraucht, wenn wir jemanden angerufen haben, die hat die Verbindung hergestellt. Das waren die Medien. Das heißt, wenn die Vereine oder die Sportler mit der Öffentlichkeit kommunizieren wollten, haben sie die Medien als Distributoren gebraucht. Ist heute nicht mehr so. Wenn David Alaba etwas richtigstellen möchte, was in der Medienberichterstattung falsch wiedergegeben wurde, ja, dann sagt er das halt seinen 15 Millionen Snapchat-Fans und postet es auf Facebook. Und gut ist die Laube. Das heißt, die Medien haben auch hier das Problem einfach, dass ein ganz wichtiger Teil ihrer Identität im Bereich Sportjournalismus wurde ersetzt einfach durch die sozialen Medien. Was übrigens dann dazu führt, dass dann immer, dass heute Medienartikel, wenn es nicht ist, Medienberichten übereinstimmen, dann ist es, Philipp Lahm hat übrigens auf seiner Facebook-Seite gepostet, das ABC. Das ist vollkommen grotesk. Und dann noch tatsächlich ein sportliches Problem. Die Fußball-Bundesliga überbietet sich jetzt auch nicht an sportlicher Brisanz. Das kann ich als Bayern-Fan gerade noch so akzeptieren, aber ist natürlich für alle anderen dann schon ein bisschen schwierig. Ja, aber jetzt wollen wir uns da auf die Diskussion wollen wir uns jetzt nicht einlassen. Ich fände es ja auch nicht schlecht, wenn es mal ein bisschen spannender würde und wir halt erst am letzten Spieltag Meister werden, könnte ich sehr gut mitleben. Grüße in den Stream. Und dann möchte ich an der Stelle nochmal kurz erklären, was meine ich mit der Teilzerrung des Dutzmuskels. Das ist ein Originalzitat. Katrin Müller-Hohenstein bei der Frauen-WM 2011 war es, glaube ich, schon. Einstiegsfrage. Und danach hat sie sie investigativ gegrillt. Frau Bundestrainerin, wir sind alle ganz begeistert. Das, wie gesagt, ich überspitze jetzt hier auch, aber die Nähe des Sportjournalisten zu seinem Subjekt ist sehr groß. Ich glaube gar nicht, dass das eigentliche Problem ist, dass Sportjournalisten auch Fans sind, denn so wird man mit dem Fußball sozialisiert. Ich glaube tatsächlich, dass man, ich brauche die Geschichte und deswegen gehe ich die Distanz, die ich vielleicht zu meinem Berichterstattungsobjekt bräuchte, die bleibt da manchmal liegen. Und das habe ich jetzt alles gesagt und möchte aber ausdrücklich nochmal, deswegen habe ich es extra als Folie noch reingenommen, ich will hier keine Medienkritik rund Umschlag machen. Es gibt auch im Sportjournalismus ganz hervorragende Dinge. Es gibt die Seite fußballdoping.de, die vom Korrektiv betreut wird. Da habe ich auch mal ein Tribünen-Gespräch zu gemacht, wer sich dafür interessiert. Wir hatten jetzt natürlich gerade um die sogenannte Sommermärchen-Affäre, Franz Becken bei uns so weiter, hatten wir tollen Investigativjournalismus, unter anderem von Spiegel Online. Jens Weinreich wird euch vielleicht ein Begriff sein. Und wir haben zum Beispiel auch das hervorragende Format Sport Inside auf dem WDR. Aber an dem Format kann man halt auch ganz gut den Zustand des Sportjournalismus ablesen. Da arbeiten zwei festangestellte Redakteure, für die Sportschau arbeiten 30. Das kommt irgendwann nachts, ohne Moderation. Sportschau zur besten Senderzeit. Und in der Sportschau bekomme ich immer nur historische Schmankerl um die Ohren gehauen. So richtig kritisch wird es da nicht, außer Reinhold Beckmann ist mal wieder ein bisschen zu fissant. Das heißt, das ist quasi der Status quo der Sportberichterstattung, jetzt natürlich durch meine Brille gesehen. Ihr müsst das selbst evaluieren, wie ihr mir da zustimmt. Und demgegenüber stehen die über 160 Podcasts. Und jetzt erzähle ich etwas, was vielen euch hier im Raum schon sehr klar ist. Aber ich denke, das muss man sich noch mal vor Augen führen, um zu sehen, warum die Podcasts, die gängige Sportberichterstattung, die ja durchaus schon präsent ist, also man kann sich nicht über zu wenig Fußball im Fernsehen beschweren, warum die Podcasts da noch mal einen Akzent setzen, den sonst derzeit keiner in der vehement setzt. Das eine ist die Freiheit der Form. Ich meine, ihr wisst das. Ich weiß das. Ich habe schon 5 Stunden 40 über Taktik gesprochen. Und Funfact ist die erfolgreichste Rasenfunkfolge aller Zeiten. Das ist vollkommen irre. Und können wir ja mal versuchen, dass ich später raus zum Call for Podcast gehe und einfach mal sage, hier, ich reiche euch mein Konzept ein. Ich rede 20 Stunden über Einwürfe und ihre taktische Bedeutung. Und mache ich es aber in Rasenfunk, dann hören sich es trotzdem Leute an. Vielleicht dann auch aus Liebe zu mir, aber sie machen es. Und dementsprechend kann man natürlich auch ganz anders in die Tiefe gehen. Ich bin nicht gepresst zwischen zwei O-Töne, die ich von meinen Reportern aus dem Stadion vor Ort eingefangen habe oder zwischen zwei Musiktiteln oder zwischen den Verkehrsinformationen, sondern ich kann einfach mal, ich lasse, das ist für euch wie gesagt nichts Neues, aber wir können unsere Gäste reden lassen. In der Schlusskonferenz, wo ich über den Bundesligaspieltag rede, habe ich in der Regel zwei Gäste und das ist vollkommen normal, dass da einer mal zwei bis drei Minuten redet und die anderen beiden hören zu. Das ist, ich weiß auch, dass das jetzt nicht für jeden die eigene Darstellungsform ist. Das ist natürlich, da muss der Hörer am Ball bleiben, aber es gibt ein Publikum dafür. Sonst gäbe es nicht so viele Podcasts und ich sehe es ja selbst. Und dann haben wir keinen Quotendruck. Ist mir doch vollkommen egal, was Dortmund und Bayern gerade machen. Wenn das eigentliche Thema für mich gerade Hoffenheim ist, ja, dann mache ich Hoffenheim. Ist mir auch vollkommen egal, wie viele Fans die haben. Das ist das Thema. Wir können uns ganz anders am Inhalt orientieren, wozu es übrigens auch mal gehört, manchmal auch einfach zu sagen, ehrlich gesagt, bei dem Thema fühle ich mich nicht sicher. Da lade ich demnächst mal wieder einen Experten ein und der soll uns das erklären. Dann kann man nämlich auch, man bekommt eine Entspanntheit im Umgang mit dem eigenen Kontext. Und dann das Phänomen, was wir im Grunde auch schon aus der Blogosphäre kennen, auch aus Foren, was sich im Grunde durch die Mediengeschichte zieht. Man darf nie unterschätzen, mit welcher leidenschaftlichen Kompetenz Leute ihr Interesse verfolgen. Das heißt, so wie Leute von euch hier alles über Apple mir erzählen könnten und offensichtlich aber keine über Kapitelmarken in Android. Ich prangere das an. Das ist ein Problem. Wir müssen das gelöst bekommen. Es nervt wirklich furchtbar. Und ich habe den Lautsprecher gehört und habe es jetzt immer noch nicht verstanden. Also, aber diese Darmstadt-Leute, das wollen natürlich auch Journalisten nicht so gerne hören, aber man zeige mir den Journalisten vom SV Darmstadt, der sich besser auskennt als die vier Jungs, die jeden Zeitungsartikel lesen, die jedes Spiel sehen, die sich an alles erinnern, die sich freiwillig noch mal alte VHS-Kassetten mit Spielen angucken. Natürlich fehlt denen das eine Ding, nämlich nicht jeder, der einfach nur eine große Begeisterung für etwas hat, hat auch einen journalistischen Blick. Das ist völlig unbenommen. Und natürlich gibt es auch Leute, die können Spiele nicht so lesen, wie es Journalisten können. Es gibt herausragende Sportjournalisten, aber dennoch, man soll mir einfach mal denjenigen zeigen, der eine ebenso große leidenschaftliche Kompetenz hat. Und dementsprechend sind die Fußball-Podcasts, gerade die Vereins-Podcasts, da spreche ich jetzt gar nicht so sehr vom Rasenfunk, sind ein unheimlicher Quell an Wissen. Wenn ich mir nicht sicher bin, wie es gerade auf Schalke läuft, tue ich mir einen Schalke-Podcast an. Und dann habe ich ein Gefühl. Und dann spreche ich noch mit zwei Journalisten, die ich kenne, und dann verfestigt sich das zu einer Meinung. Und ein wesentlicher Punkt, bei Podcasts sind die Rückkanäle offen. Wir alle, ja mein Gott, wie stehen wir auf Feedback? Es ist die Luft, die wir atmen. Es ist so toll, wenn endlich mal jemand zurückschreibt. Problem bei der Sache, in der Regel melden sich die Leute nur, wenn irgendwas falsch war. Aber das ist gut, das ist hervorragend. Natürlich ist das manchmal anstrengend, aber das treibt dann erst zu dem Perfektionismus, den man braucht, um der Sache möglichst nahe gerecht zu werden. Also man wird nie, es gibt ja auch nicht die absolute Wahrheit. Aber in eine Schlusskonferenz, ich fallen in der Regel sechs bis acht Stunden Vorbereitungszeit und dann noch zweieinhalb Stunden Aufnahme und dann muss ich es noch veröffentlichen. Das ist natürlich vollkommen irre, das weiß ich auch. Aber das hat sich irgendwann einfach so ergeben, weil es mir einfach selber auf den Zeiger gegangen ist, wenn ich Fehler gemacht habe in der Schlusskonferenz und das kommt natürlich vor. Das ist ja vollkommen normal, du kannst ja nicht über 18 Vereine alles wissen. Aber die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu minimieren, steigt halt rapide an, wenn man sich krass vorbereitet und dieser Perfektionsdruck, der ist glaube ich in keinem Medium so groß wie im Podcast-Bereich, vielleicht noch im YouTube-Bereich, aber da sind noch mehr Trolle unterwegs, da ist es dann eine andere Geschmacksrichtung der Kommentare, würde ich jetzt mal sagen, ist ein bisschen schärfer. Und das ist aber ein großer Vorteil. Übrigens kann man daran auch die, meistens die guten Journalisten von den tendenziell etwas weniger guten Journalisten unterscheiden, ob sie aktiv sind in sozialen Medien oder ob sie zumindest auf Kommentare reagieren. Denn das treibt diejenigen, die sich der Öffentlichkeit stellen, die müssen logischerweise ganz anders mit ihrem Subjekt umgehen oder mit dem Objekt ihrer Berichterstattung, weil sie wissen, sie werden auch kritische Rücktöne bekommen. Und das ist super, das treibt dann voran. Also ich weiß nicht, ob ich den Aufwand in den Rasenfunk so stecken würde, wenn ich nicht wüsste, ey, wenn du im HSV-Teil einen Fehler machst, dann hauen es dir wieder um die Ohren. Nervt, aber ist gut. Das ist super. Und das ist auch, glaube ich, im Podcast-Bereich sehr, sehr wichtig. Und jetzt gibt es einen weisen Mann, der hat das Folgende gesagt, wenn man Podcasts geil findet, dann findet man sie so richtig geil. Das hat ein gewisser Tim P. an diesem Freitag gesagt und auch wenn ich die Lastivität, die er dabei in seiner Stimme hatte, leicht bedenklich finde, dann weiß ich doch, was er gemeint hat. Und da hat er nämlich recht. Und das könnt ihr jetzt hier im Raum wieder vielleicht etwas besser verstehen als vielleicht die Leute an den Streams draußen. Denn wir alle, wir sind ja schon, wir hängen ja schon an der Podcast-Nadel. Ich hätte ehrlich gesagt, ich bin ein Kind des Radios. Deswegen habe ich ja auch mal beim BR hier ein Praktikum gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir ein CRE anhöre mit dem Konzept Tim redet vier Stunden. Oder NSFW mit dem Konzept Tim surft schweigend im Internet und Heugi schreit irgendwas mit Ficken und Nazis. Oder ein methodisch inkorrekt. Zwei Dudes unterhalten sich, jammern 30 Minuten über den Wissenschaftsbetrieb und dann trinken sie ein Bier und schenken sich Plastikkram aus China. Vielleicht reduziere ich ja auch. Aber ihr versteht, glaube ich, meinen Punkt. Wenn man erst mal dieses Medium für sich entdeckt hat und quasi auch so für sich gesehen hat, welche Ausformungen es davon gibt, dann kommt man sehr schwer vom Podcast weg. Und da gebe ich Tim vollkommen recht. Wer diese Angst vor dem Podcast verloren hat und sich von diesem komischen P-Wort nicht stören lässt und damit ist nicht Pridlove gemeint, sondern Podcast, da ist es sehr leicht. Also ich glaube, wir schaffen es schon ganz gut, Hörer zwischen uns hin und her zu schieben und wir nehmen uns auch gegenseitig nichts weg. Das sehe ich wie Dirk, ehrlich gesagt. Trotz der fünf Podcasts, die jeder Hörer hört, glaube ich, dass immer wenn jemand noch ein Format vom Tim mehr hört, dann wächst dafür neuer Hörer nach und dann bleiben wir schon alle irgendwie gleich. Und deswegen kommen wir jetzt zu meinem flammenden Appell, denn ich möchte, dass ihr uns Fußball-Podcasts zu euren Dealern macht. Wir sind wie die Typen, die das Crack auf dem Grundschulpausenhof verkaufen. Ihr müsst sie einmal zu uns schicken, die kriegen von uns den heißen Stoff und dann kommen sie davon nicht mehr los. Der Markt ist riesig. 24 Millionen Deutsche bezeichnen sich als an Fußball interessiert. Die Top Ten der TV-Quoten Deutschlands bestehen komplett aus Fußballspielen und als ich das recherchiert habe, habe ich mir gedacht, ich muss doch jetzt nicht ernsthaft erklären, warum Fußball ein großer Markt ist. Denn eine Umfrage mit der Größe N gleich 1 hat ergeben, wer keinen Fußball mag, ist ein schlechter Mensch. Also ich muss euch nicht erzählen, dass Fußball ein riesiger Markt ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht denn das? Wenn das Special Interest Podcast, also quasi diese Darreichungsform eines Inhalts, auf ein solches Massenthema trifft. Und da komme ich jetzt dann zu meiner These. Fußballpodcasts sind wie Marihuana die perfekte Einstiegsdroge. Und ich meine natürlich ein folgenloses, biologisch produziertes, völlig harmloses, aber total spaßmachendes, politisch korrektes, genderneutrales Marihuana. Ist ja klar. Aber ihr versteht, glaube ich, meinen Punkt. Wir alle haben in unseren Hörerkreisen Werbung schon gemacht. Wir haben auch unseren Freunden schon erzählt, du, ich mache diesen Podcast. Da rede ich acht Stunden über Ikea-Regale mit Experten. Das haben wir alles getan und das hat den Erfolg gehabt, den es eben haben kann. Und jetzt haben wir aber hier mit dem Fußballbereich ein Thema, jeder von uns kennt Fußballfans, egal in welchem freundschaftlichen Verhältnis wir zu denen stehen, aber wir kennen die. Und jetzt habe ich euch gerade gezeigt, der Theorie nach müsste es auch für ganz viele von denen ein Podcast-Format geben, was zumindest interessant ist. Nicht jeder wird Podcasts danach lieben, aber aufgrund der bestehenden Verhältnisse gerade auch im Sportjournalismus ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie da zumindest etwas finden, was sie bisher in der Form noch nicht gefunden haben. Und deshalb ist tatsächlich nicht nur aus Eigeninteresse, sondern tatsächlich meine Überzeugung, dass ich glaube, über dieses sehr, sehr breite Thema kriegen wir Leute ins Medium. Und wenn die Leute im Medium sind, dann hängen sie an der Nagel. Verdammt, dann lassen wir die nicht mehr los. Und dann schieben wir die uns gegenseitig zu. Die Erwähnungen in Podcasts sind immer noch meiner Erfahrung nach das beste Marketing und es funktioniert. Also ich habe unter anderem auch mal ein Tribünen Gespräch nur zu Fußball-Podcasts gemacht und da viele Podcasts vorgestellt. Und ganz am Ende haben wir auch über Nicht-Fußball-Podcasts gesprochen. Und neulich erst twittert mich wieder jemand an, ja wo war denn da die Folge über Bierbrauen, die du empfohlen hast? Das heißt, es funktioniert. Und das glaube ich ist vielleicht für euch ein interessanter Denkansatz. Pickt euch die Fußballfans raus und im Grunde immer wenn jemand in eurem Freundeskreis meckert und sagt, boah das geht mir auf den Sack, dass die immer nur die Bayern zeigen, dann müsst ihr sagen, haha, da habe ich was für dich. Reich mal kurz deine Ader, ich mache den Gürtel rum und dann suchst du dir mal aus der Potsche oder was aus. Ich glaube tatsächlich, dass wir es vielleicht schaffen können, dadurch das Medium zu etablieren und damit mehr Leute an die Nadel zu kriegen und das hilft uns dann allen. Ich glaube, dass es sehr interessant ist, dass dieses breite Thema Fußball sich jetzt auch im Podcast-Bereich wirklich so vehement durchsetzt. Ich habe keine Ahnung, ob das noch in zwei Jahren so sein wird, ich habe das ja alles mit dem Blog schon mal erlebt, aber ich hoffe doch sehr, dass sich da was tut und ehrlich gesagt, das, was ich so an meinen Zahlen am Rasenfunk sehe und vor allem an den Hörerreaktionen und wie das Crowdfunding funktioniert, das macht mich sehr optimistisch, weil ich glaube, es gibt einen Bedarf und deswegen sage ich, geht raus, wir haben Arbeit zu tun, wir sind eure Dealer und vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.